Musik Auch kulturell gibt es bei uns viel zu entdecken. Spannend ist zum Beispiel ein Besuch im mittelalterlichen Schloss Werdenberg. Es beherbergt wertvolle historische Stücke und ist Anziehungspunkt von kulturell interessierten Gästen und Einheimischen gleichermaßen. Das Burgstädtchen Werdenberg ist die einzige noch weitgehend erhaltene mittelalterliche Holzsiedlung der Schweiz mit städtischem Charakter. Das Kleinod blieb über Jahrhunderte hindurch unversehrt. Interessant ist auch unsere engere Geschichte und zum Beispiel Eingang durch das Regionalmuseum Schlangenhaus. Mit seinen alten, gut erhaltenen Häusern am Berg, wie im Dorf, verfügt Grabs wie kaum eine andere Gemeinde über sehr wertvolle Kulturgüter. Musik Handwerkliche Traditionen werden noch gepflegt, trotz modernem Komfort. Musik Einzigartige Naturschönheiten und Reservate. Unsere Gemeinde besitzt ein natürliches Erholungsgebiet, beeindruckende Natur und abwechslungsreiche Landschaften. Musik Musik Untertitelung des ZDF, 2020